Willkommen zurück, eine neue Folge Day are Billions, die Kampagne. Wir hatten in der letzten Folge die Villa des Schreckens absolviert und ich glaube die einzige 3 Sterne Mission ist noch das Gefängnis. Wenn wir hier mal drüber schauen, haben wir nur noch 4 bzw. sogar schon eine 5 Sterne Mission hier. Also schauen wir uns jetzt mal das Gefängnis an. Dieser riesige Komplex in der Wüste scheint ein altes Gefängnis zu sein. Sie haben wahrscheinlich gehofft, dass sie die Infizierten so vermeiden können. Unsere Kundschaften haben uns mitgeteilt, dass das Gelände mit Infizierten voll ist. Zwei Lucifer wurden entsendet, aber sie sind im Eingangsbereich gefangen. Befreien sie die beiden Lucifer Einheiten und erkunden sie das Gefängnis. Es muss dort ein paar Artefakte von großer Bedeutung für das Imperium geben. Okay, wir haben hier 260 Imperiumspunkte und 520 Antike Technologien. Also das kann ganz schön viel geben. Ich bin gespannt. Dann starten wir doch so gleich mal rein in die Mission. Also zwei Lucifer, das sind Feuereinheiten, die hier schön die Gegner verbrennen. Das ist ganz nett. Gerade gegenüber sehr großen Monsterhorten. Ich hoffe, wir finden die schnell. So. Dann gehen wir doch mal wieder hier rüber. Ähm, im Eingangsbereich meinten die. Oh, ist da jemand. Als du dich der Eingangstür näherst, hörst du eine Stimme von der anderen Seite. Bist du ein Mensch, wo uns hier raus. Der Eingang ist eingestürzt und wird von Infizierten umgeben. Okay. Wir gehen erst mal hier lang. Ah, hier sind einige Infizierte schon mal. Dann müssen wir schon wieder rumkiten hier, so ein bisschen. Ah, und hier haben wir nicht viel zum Kiten, okay. Okay. Aber die meinten, dass der Eingang hier von Infizierten umgeben ist. Maximaler Sicherheitsalarm. Alle Insatzen wurden infiziert. Sprengstoff wurde zur Sprengung einiger Eingänge und Flure angewendet. Okay. Also hier sind ganz schön viel Infizierte. Mal gucken, was hier noch so rumsteht. Erstmal nichts weiter. Man sieht auch kaum was, ob hier noch irgendwelche... Ah ja, hier kann man auch noch rumgehen, okay. Da sind sehr viele Infizierte. Dann gehen wir erst mal hier wieder zurück. Okay. Haben wir hier noch was? Nee. Na gut, dann werden wir uns mal dem Risiko aussetzen und hier den Eingang öffnen. Gut, also der Eingang ist hier verschlossen. Okay. Dann kommen wir hier nicht weiter rein. Jetzt ist die Frage... Wollen wir uns hier nach oben durchschlagen oder eher hier nach unten? Wir gehen mal nach unten. So, hier ist nichts weiter. Dann werden wir hier mal schauen. Und uns so ein bisschen durchschießen. In der Zwischenzeit werden die von oben langsam aber sicher auch runterkommen. Aber das hier ist alles noch nicht so das Problem. Ja, hier sind diese... Lucifer. Also irgendwo hier. Bin gespannt, wo wir da reinkommen. So, funktioniert erst mal ganz gut. Den hier unten am besten. Du machst mal höchste Priorität, sodass er halt die Runner eher erschießt, anstatt die Walker. So, das hier oben können wir einsammeln, oder? Ja. Okay, das waren schon mal 30 Forschungspunkte. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal hier runter. Sieht erst mal stabil aus. Hier unten läuft noch einer rum, ne? Mal aufpassen. Deswegen gehe ich mal hier nach hinten ein Stück. Und fange den da ab. So. Jetzt gehen wir hier weiter. Irgendwo müssen wir ja mal in das Krankenhaus, äh, Gefängnis reinkommen. Jetzt gehen wir mal in das Krankenhaus, äh, Gefängnis reinkommen. Jetzt geht's dann noch wesentlich schneller. Wenn die mit ihrem Feuerschaden hier für Damage sorgen, da müssen wir dann bloß aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch Friendly Fire machen mit ihrem Feuer. Und unser K.E.L.O.S. ist gegen Feuer jetzt natürlich nicht immun. Die Lucifer selbst sind allerdings immun gegen Feuer. Das ist der Vorteil bei denen. So, jetzt kommen die ganzen Runner an. Ah, die haben wir schön abgeschossen. Können wir hier oben vielleicht rein. So, mal schauen. So, hier unten scheint erstmal nichts zu sein, was zum Einsammeln da ist. Oh, da hat er uns beinahe gehittet. Das war knapp. So, dann ist das hier erstmal leer. Mal sehen, was hier oben noch ist. Ne, hier ist nix zum Einsammeln. Dann geht's hier weiter. Auf der linken Seite. So, hier müssen wir mit den Wäldern aufpassen, ne. Sieht aber erstmal ganz stabil aus. So. Dann kommen die nächsten Runner. Eins, zwei und drei. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier an dieser engen Stelle erstmal vorbei. Dann haben wir wieder ein freies Gebiet. Das ist schön. So, gucken wir hier unten. Wie gesagt, jeden Winkel immer erforschen, weil könnten ja Items sein, die man einsammeln kann. Solche Winkel sind natürlich immer ein bisschen kritisch, weil hier könnten sich auch Zombies verstecken. Erste Hilfe Kasten, das ist doch auch schon mal was Feines. Also hier war noch kein Eingang. Sehen, wie es hier hinten ausschaut. Perfekt. Nichts zu erkennen. Auch komischerweise keine Zombies. Ah, hier oben ist ein ganzer Haufen. Okay. Alles nur langsame. Das ist schon mal ganz gut. Ein schneller ist mit dabei. Den hauen wir jetzt gleich weg. Ja. Perfekt. Schießen wir uns jetzt hier durch. Wahrscheinlich werden wir erstmal den kompletten Außenbereich hier clearn. Habe ich das Gefühl. Jawohl, hier geht's rein. Okay. Kann man hier nicht weiter, ne? Nee, hier ist der Kartenrand. Und hier? Hier geht's auch nicht weiter. Okay. Dann gehen wir doch mal hier rein. Alles klar. Der erste Gefängnistrakt. Wir lassen die jetzt hier herkommen, Stück für Stück. Dann können die nämlich dann hier einzeln killen. So. Dauert natürlich wieder ein bisschen länger, aber dafür sind wir auf der sicheren Seite. So, jetzt können wir hier ein Stück vor. Hier in dem Raum ist nichts weiter. Wir gehen mal hier weiter vor. Oh, hier ist viel. So. So, wieder zurück. Und jetzt können wir jetzt hier schön stehen bleiben und die Ankommenden quasi abschießen. Ah, die kommen sehr schön vereinzelt. Ja, jetzt können wir jetzt ein bisschen eng werden. Ja, jetzt müssen wir kiten. Und wieder abschießen. Und dann wieder rein. Das können wir ja schon aus der letzten Einzimmission. Da sind wir schon trainiert drin. Hier drin in dem Raum ist auch nichts. Hier oben ist wie gesagt was. Da müssen wir allerdings aufpassen, weil hier können sie aus mehreren Richtungen kommen. Und hier haben wir keine Fluchtmöglichkeit in dem Raum. Das heißt, ich würde mal hier hingehen. Man kann von hier schon ein paar abschießen. Die müssen ja den langen Weg laufen. So, damit ist auch der Raum gecleart. Hier ist allerdings auch nichts. Jetzt kommen sie von hier oben. Oh, da kann ich nicht drüber schießen. Hier muss man mit Line of Sight so ein bisschen Acht geben. Teilweise kann man dann die Gegner nicht mehr anschießen. Das waren zwei auf einmal. Das ist gut. Jetzt den hier unten. Sehr schön. Okay, wir warten bis der zu uns noch kommt. Oh ne, der bleibt stehen, aber der kommt an. Hier kommt noch einer. Okay, gehen wir erstmal hier rüber und sammeln das Teil ein. Zwei Granaten, alles klar. Okay, und hier oben die zwei noch. Okay, wir machen erstmal hier oben rein. Gibt es hier was Spezielles? Ne. Und hier? Auch nicht. So viele Sachen hier und wir finden nichts. Okay. Bisschen merkwürdig. Aber es ist nichts zum Einsam hinter. Jetzt gucken wir erstmal, wie die hier angehörnt kommen. Das sind ein bisschen viel. Mal wieder rauskiten hier. Und zack. Eins, zwei, drei. Sehr schön. So, dann geht es wieder rein. Stück für Stück kämpfen wir uns jetzt hier vor. Weiß nicht, ob das der beste Weg wäre. Vielleicht wäre er doch nach oben hin besser gewesen und wir hätten schon die Lucifer bekommen mittlerweile. Aber ich habe mich jetzt für den Weg entschieden. Hier ist eine Tür. Sehr schön, die kommen alle einzeln. Ah, der hat uns einen Hit gegeben. Okay. So, hier geht eine Tür runter. Die Türen schauen wir uns später an. Erstmal den Raum clearen, der hier noch zu finden ist. So, dann bleiben wir hier erstmal stehen. Die kommen hier schön in guten Abständen eigentlich. Ah, perfekt. Ah, perfekt. So, gibt es hier oben irgendwas? Ne, also nur hier ist, glaube ich, was drin. Das ist einfach. Let's go! So, wir kommen unseren Kameraden näher. So, wir kommen unseren Kameraden näher. Okay. So, wir haben unserenлем, dass wir uns da oben getroffen haben. So, das ist ja auch wieder. so, wir haben unseren Kameraden noch mal getroffen. ein stück jetzt muss man weg sind zu viele stück wieder kiten und dann hauen wir erstmal ein paar um sehr schön, jetzt wieder rein so, wo sind denn die Lucifer? irgendwo hier hinten okay ja, wir machen jetzt erstmal diese drei Räume noch clear, dann gucke ich mal so, hier ist nix weiter machen wir den oberen Raum noch hier ist auch wieder nichts ist ja krass, wie leer das Teil ist also wir haben hier noch zwei Sachen und das war's dann schon und hier ist noch was okay so, okay, jetzt können wir hier erstmal einsammeln ah, hier hinten wartet noch jemand so, die sind hier irgendwie noch ein Erste-Hilfe-Kasten ich wollte eigentlich ein bisschen was mit Forschung haben gut, also hier müssen wir noch nicht rein wieder Granaten gefunden und hier haben wir nochmal Forschung gefunden okay wir gehen jetzt die andere Richtung also bevor wir jetzt hier eine riesige Tür öffnen und wer weiß, was dahinter finden will ich das Gefängnis mal von der anderen Richtung noch eingehen weil hier kann jetzt erstmal nichts passieren die Türen sind noch zu das heißt, wir können jetzt hier nach oben gehen ups, und schlagen uns hier mal durch zwei Erste-Hilfe-Kästen vier Granaten haben wir derzeit leider nur 60 Forschungspunkte bisher gefunden aber ich hab eigentlich nichts verpasst, ne haben wir eingesammelt schade, das ist immer alles so ein bisschen schlecht zu sehen hier ne, also hier ist wirklich nichts in diesen Gefängnisräumen okay dann geht's mal auf der rechten Seite weiter wenn wir uns mal hier durchschießen so, hier steht ganz schön viel aber das kriegen wir Stück für Stück schon erledigt zum Glück haben wir keine Munition auf die wir noch achten müssen wir können einfach alles wegballern so, dass der uns hier nicht irgendwie von hinten in den Rücken fällt jetzt boxen wir uns nach oben hin durch mal gucken, wo da der Eingang ins Gefängnis ist wenn's denn einen gibt vielleicht ist ja auch Sackgasse erst mal hier hinten lang ne, hier ist auch kein Item so, gehen wir nochmal hier entlang ne, nichts zu sehen aber hier hinten ist schon mal was zum Einsammeln wieder so, weiter geht's ne, hier ist Schluss also haben wir hier nur zwei Granaten wieder gefunden okay dann gibt es ja nur diese beiden Türen die hier in den Raum führen der führt uns aber nicht zu den Luzifern das heißt wir werden jetzt hier die Tür öffnen müssen das ist die einzig verbleibende Tür wo es irgendwie weiter geht weil hier hinten da konnten wir auch nicht da ist Kartenrand genau, auch hier das sind Felsen ähm das heißt wir haben wirklich nur diese Tür und die wird uns hier in den riesigen Raum wahrscheinlich öffnen uiuiui woanders gibt's halt keine Tür die uns direkt zu den Luzifern hier führt und hier war halt nichts kein Durchgang und so weiter okay dann lassen wir ihn mal in Ruhe da rumlaufen das kann man leider nicht weiter vorspulen aber er hat schon anstrengend genug gegen die ganzen Zombies von daher kann er sich auch mal gemütlich fortbewegen ich denke das wird der finale Raum dann sein hab ich so das das Gefühl womöglich mit sehr sehr vielen Zombies wofür wir dann die Luzifer brauchen werden so dann schauen wir doch mal was es hier so gibt erst mal nichts hier ist ein Loch das gefällt mir gar nicht wir gehen nach unten werden jetzt hier die ganzen Zombies versuchen auszulöschen und uns den Weg zu den Luzifern frei zu schießen hier oben gibt's Sachen zum einsammeln da müssen wir dann auf jeden Fall hin aber jetzt hat erst mal Priorität die Luzifer einzusammeln ja aus dem Loch kommen natürlich immer wieder welche das ist ein bisschen lästig dann sieht aber gut aus der Gang ich denke wir kommen zu unseren Verbündeten so langsam aber sicher so der Weg ist freigeschossen was haben wir denn hier noch Feines okay dann gehen wir mal hier rein okay im Eingangsbereich siehst du zwei Luzifer Einheiten es scheint dass sie schon seit längerem versteckt auf deine Hilfe gewartet haben du hast uns gefunden endlich es ist Zeit aus dem Gefängnis zu fliehen aber vorher verbrenne ich mit dem Verlangen alle Infizierten im Gefängnis zu vernichten worauf warten wir noch alles klar dann schließt euch uns mal an kann ich hier was einsammeln eher nicht so die haben 500 Lebenspunkte wir steuern die mal einzeln so ein bisschen die sind sehr langsam haben aber einen irrsinnigen Damage hier man sieht das jetzt gleich wie schnell der hier verbrennt okay dann machen wir folgendes wir stellen unseren Helden hier hinten hin und werden erst mal die hier verbrennen das schöne ist die Lucifer selbst verbrennen sich nicht sind immun gegen Feuer würden aber meinen Verbündeten verbrennen deswegen lasse ich den hier hinten stehen und ihr seht den Flächenschaden den die anrichten zwei Hits sind quasi genug um solche Runner wegzuzünden und so schnell könnt ihr die quasi wegbrennen hier ich weiß gar nicht ob die sich während der Zeit dann regenerieren so gibt es hier was zum einsammeln hier sind Fässer die Frage ist wofür die Fässer da sind sind das Reagenzien also Forschungssachen oder nicht können wir ja mal einsammeln mal gucken ah ja sind Imperiumspunkte sehr schön so dann bleibst du hier stehen und ihr macht mal die Gänge hier weiter das sieht schon cool aus wie die da alles wegbrennen für solche Infizierten sind die richtig gut geeignet so hier ist wieder ein Schild und so ein Hindernislauf wir machen mal noch keine Türen auf das kann glaube ich eh nur unser Held wir wollen erstmal die Gänge hier klären bevor wir dann nämlich in die einzelnen Räume reingehen hier ist auch was zum einsammeln können die einsammeln ne können die nicht ok dann müssen wir hier wieder zurück und du gehst hier hoch und sammelst das Teil ein hier geht's dann nicht weiter und ihr brennt mal hier weiter frei und dann werden wir uns diese ersten kleinen Räume hier geben und dann wahrscheinlich erstmal diesen größeren Raum hier und den restlichen Raum hier hinten hier kam noch kein Zombie raus das ist ein Vorteil erstmal ich weiß gar nicht wie viel Krach die machen mit ihren Flammenwerfern das klingt aber leiser als mit der Kanone von unserem Helden das waren leider wieder nur zwei Kanaten so du bleibst hier stehen und ihr macht euch hier auf den Weg hier kann er nämlich wieder viel einsammeln seht ihr wie langsam man über diese ja Sandsäcke drüber watschelt ah und hier geht's dann auch nicht weiter okay dann sammelst du mal hier schön ein das ist jetzt ein bisschen schwierig mit einsammeln weil die Lucifer natürlich hier die ganze zeit feuern so lassen lassen wir mal nur einen hier weil der kann den alleine weg wegbrennen so mehr haben wir hier nicht okay dann kehren wir wieder um der wird auch nicht hochgeheilt okay so ich würde sagen wir gehen mal hier runter weil das ist so ein bisschen das problem die kommen jetzt immer wieder da müssen wir auf jeden fall acht geben okay jetzt wichtig also unser held ist der einzige der diese türen öffnen kann ich mich richtig entsinne kranken station angekettet bleiben okay so wir positionieren unsere lucifer hier und hier so zusammen und du machst hier die tür so auf und dann direkt weg so das müsste eigentlich ganz gut funktionieren ja die brennen alles weg hier und dann kriegen wir nicht ein damage perfekt so dann clear mal hier drin schön sehr gut und ihr geht hier hoch um das zu bewachen und er sammelt hier ein werden viele medikits kommen hier gab es forschung gibt es hier noch irgendwas hier ist nix hier ist nix ja noch ein medikit das war's dann okay so dann machen wir das gleiche auf der seite wir stellen die beiden wieder hier hin so und so du gehst hier rum und machst von hier die tür auf zack und weg unterstützt ein bisschen von hinten aber das meiste machen die Lucifer ansonsten müsste man hier wieder sonst wie kiten und sowas also die die helfen schon ungemein derzeit wäre es aber auch noch ohne die möglich aber wie gesagt das wird wieder sehr viel kite action in anspruch nehmen was halt einfach nur zeit kostet so okay das ist gekehrt ihr geht hier außen hin und du kannst ach da ist ein Loch okay die löscher gefallen mir überhaupt nicht noch mal nicht so viel krach am besten so mehr ist hier auch nicht okay dann kann es hier raus gehen wieder einiges eingesammelt gut ja jetzt ist die frage wo wir hingehen gehen wir erst in diesen großen raum oder machen wir den raum hier unten kommt so ein bisschen drauf an wie viel läscher hier sind aber ich würde fast sagen wir probieren einfach mal den raum wie machen wir den am besten machen wir den hier auf oder hier auf hier ist halt so eine engstelle da kommt halt unser hält ganz schlecht wieder raus wenn er die tür öffnet und die lucifer dahinter stehen deswegen würde ich den die tür hier mal öffnen ergo stellen wir die lucifer hierhin er geht auch mal weiter weg und hierhin wir lesen erstmal was das ist kantine wegen mangelhafter verpflegung wurden die generation der insassen sägemehl hinzugefügt oh die sind bestimmt nicht gut äh zu sprechen na gut wir machen mal auf und nix wie weg ah das ist gar nicht die kantine okay das ist ein anderer kleiner raum mit laternen sieht aus wie so ein freigelände so und ist freigebrannt einer noch zack dann kannst du reingehen und ihr beiden stellt euch schon mal da hin so was haben wir denn hier feines imperium punkte noch irgendwo was ne sieht nicht danach aus dann machen wir mal diesen letzten raum hier noch das wird jetzt ein bisschen schwieriger mit der positionierung weil das teil hier so eng ist du stellst dich mal hier hin so und du dahinter hier auch auf die linke seite jetzt müsste er ja eigentlich hier auf der rechten seite noch vorbeikommen genau du machst jetzt auf und nix wie fort so und bleibst hier stehen ah die kommen sehr langsam an wahrscheinlich aus dem grund weil man den raum noch vermutet ohne lucifer zu machen ja jetzt meine vermutung ihr könnt jetzt mal vorrücken ihr beide so okay das ist die kantine alles klar naja hier hinten stehen ziemlich viele aber wie gesagt hier sind noch viele sandsäcke das heißt die mobs sind sehr langsam jetzt kommt der schwall an jetzt gibt es gleich rost action ah das sieht doch schön aus hier alles auf einen Haufen gegrillter zombie heute zum mitnehmen im sonderangebot achtung vielleicht können sie infizios sein so also den ganzen tag in so einen anzug stecken das könnte ich nicht so hier scheint es aber zumindest kein loch zu geben was schon mal gut ist dann können wir in Ruhe alles einsammeln wir sind noch ein paar so und der letzte sehr schön so dann geht ihr wieder hier raus wie ist denn der achso der ist hier reingelaufen einfach und du gehst fängst hier oben an und sammelst mal ein so was gibt es hier schönes nichts hier gibt es ein paar kartons okay so ah der noch hier bei den fässern ist nichts ist hier irgendwas in sachen ah hier ja wie gesagt diese teile sind sehr schlecht zu sehen muss man halt wirklich hier die ganze zeit irgendwie drüber gehen manchmal blinkt hier dann sowas auf dann haben wir nur noch hier drüben was hier und hier bei den ganzen kisten sieht aus wie weinkisten oder so so ich glaube wir haben alles sieht zumindest so aus sehe auch nichts mehr dass noch was hell wird okay dann ähm geht es in den nächsten raum hier rein aber aber ich würde sagen wir machen für jetzt erstmal schluss für diese folge ich hoffe euch hat diese folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei wenn wir hier versuchen diesen nächsten raum und den rest des gefängnisses zu clear dann bis zum nächsten mal ciao ciao